In der Stille des Winters, wenn die Welt langsamer wird und die Nächte länger werden, befinden wir uns an der Schwelle zu einem tiefen Geheimnis. Willkommen auf einer Reise, auf der die funkelnden Lichter von Weihnachten nicht nur festliche Dekoration sind, sondern Symbole eines tieferen kosmischen Tanzes. In dieser Folge tauchen wir in die rätselhaften Gefilde ein, in denen die Weihnachtsstimmung auf die gewaltigen Energien und Quantenwunder des Universums trifft. Stellen Sie sich das Universum als einen komplizierten Wandteppich vor, der aus den Fäden von Energie und Materie gewebt ist und im Rhythmus der kosmischen Gesetze pulsiert. Weihnachten, ein alterwürdiges Fest ist mehr als ein kulturelles Fest, es ist eine Zeit, in der diese universellen Kräfte in einer einzigartigen Harmonie zusammenzukommen scheinen. Auf unserer Reise durch diese mystische Erkundung werden wir entdecken, wie das Wesen von Weihnachten mit den grundlegenden Prinzipien der Quantenphysik in Resonanz steht. Die Freude, die Verbundenheit, das Gefühl des Staunens, das in dieser magischen Zeit in der Luft liegt, könnten das Reflexionen der eigenen Schwingungen des Universums sein? Könnte die Wärme und das Licht von Weihnachten eine Manifestation der gleichen Energie sein, die Galaxien verbindet und Leben entfacht? Stellen Sie sich Weihnachten nicht nur als Festtag vor, sondern als himmlisches Ereignis, als Tanz der kosmischen Energie und des Geheimnisses. Diese bezaubernde Zeit, eingehüllt in die Kälte des Winters, ist mehr als nur ein Fest, sie ist ein Zusammenfluss universeller Energien. Während die Sterne in der klaren Nacht funkeln, gibt es eine tiefe Verbindung zwischen diesen Himmelskörpern und unseren festlichen irdischen Traditionen. Tauchen sie ein in das Reich der universellen Energie und der Quantenphysik, und sie werden Prinzipien finden, die mit dem Geist von Weihnachten übereinstimmen. Die universelle Energie, eine allgegenwärtige Kraft, durchwebt alles und verbindet uns mit den fernsten Sternen und den festlichen Lichtern, die unsere Straßen schmücken. Diese Energie pulsiert mit der Freude und dem guten Willen der Jahreszeit und heilt durch den Kosmos. Die Quantenphysik mit ihren verblüffenden Paradoxien und Zusammenhängen spiegelt den Zauber von Weihnachten wieder. So wie Quantenpartikel in verschiedenen Zuständen existieren, ist Weihnachten sowohl ein historisches Fest als auch ein mystisches Ereignis. Das Phänomen der Verschränkung in der Quantenmechanik, bei dem Teilchen unabhängig von der Entfernung miteinander verbunden bleiben, spiegelt die tiefen Bindungen wieder, die wir an Weihnachten teilen und die über physische Entfernungen hinausgehen und einen Teppich emotionaler und spiritueller Verbindungen weben. Während wir uns auf die Weihnachtszeit freuen, sollten wir über diese mystischen Aspekte von Weihnachten nachdenken. Es ist eine Zeit, in der sich der Schleier zwischen dem Physischen und dem Kosmischen lichtet und uns einlädt, eine tiefere Verbindung mit dem Universum zu erleben. In diesem Sinne ist Weihnachten eine Erinnerung an unseren Platz im großen Kosmos, eine Jahreszeit, die mit den Schwingungen der universellen Energie und den Geheimnissen der Quantenphysik in Resonanz steht. Wenn Sie also dieses Fest feiern, denken Sie daran, dass es an Weihnachten nicht nur um Geschenke und Weihnachtslieder geht. Es ist ein kosmisches Ereignis, eine Symphonie universeller Energien, die sich im Quantenfeld abspielt und uns alle in einem großen, mystischen Tanz verbindet. Weihnachten ist nicht nur eine festliche Zeit, sondern ein Tor zu kosmischen Verbindungen, die tief mit dem universellen Bewusstsein in Resonanz stehen. Während dieser Zeit kann der Einzelne eine tiefe Verbindung mit dem universellen Bewusstsein kultivieren und ein höheres Bewusstsein und eine größere Harmonie anzapfen. Die Quantenphysik mit ihren verschlungenen Prinzipien bietet eine faszinierende Perspektive auf die Energie von Weihnachten. Nach der Quantentheorie ist alles auf subatomarer Ebene miteinander verbunden, was darauf schließen lässt, dass die festliche Energie von Weihnachten unser Quantenfeld beeinflussen könnte. Dieser Gedanke besagt, dass die kollektive Freude und das Wohlwollen der Menschen in der Weihnachtszeit die Quantenwelt durchdringen und uns auf subtile, aber tiefgreifende Weise beeinflussen könnten. Das Konzept der kosmischen Energierituale während der Weihnachtszeit ist besonders faszinierend. Diese Praktiken, die spezielle Meditationen und Rituale beinhalten können, zielen darauf ab, die kosmische Energie zu verstärken, die in dieser Zeit vorherrscht. Es wird angenommen, dass solche Praktiken das spirituelle Bewusstsein stärken und eine tiefere Verbindung mit der universellen Energie fördern, um sich mit den höheren Schwingungen der Weihnachtszeit in Einklang zu bringen. Wenn man das Reich der Astralreisen während der Weihnachtszeit erforscht, könnte man argumentieren, dass die erhöhte spirituelle Energie der Jahreszeit den Zugang zur Astralebene erleichtert. Zu den Techniken der Astralprojektion in dieser Zeit gehören konzentrierte Meditation, Visualisierung und das Setzen von Absichten, die mit dem Geist der Weihnacht übereinstimmen, was den Forschern ermöglicht, tiefgründigere und erleuchtende Reisen zu unternehmen. Schließlich ist die Beziehung zwischen Weihnachtsdekoration und heiliger Geometrie ein fesselnder Aspekt der Mystik dieser Jahreszeit. Die heilige Geometrie, der Glaube, dass bestimmte geometrische Muster und Formen eine spirituelle Bedeutung haben, ist in der traditionellen Weihnachtsdekoration zu finden. Es wird angenommen, dass diese Formen und Muster die Energie eines Raumes beeinflussen und für Harmonie, Gleichgewicht und positive Schwingungen sorgen. Die verschlungenen Muster von Sternen, Schneeflocken und sogar die spiralförmige Form von Weihnachtsbäumen können als Manifestationen der heiligen Geometrie betrachtet werden und tragen zur energetischen Gesamtatmosphäre der Jahreszeit bei. Stellen Sie sich in einem entspannten Zustand vor, dass Sie ein Teilchen in einem riesigen Quantenfeld sind. Spüren Sie die Verbundenheit von allem, die Unschärfe zwischen Ihnen und dem Universum. Diese Übung fördert ein tieferes Verständnis der Quantenverschränkung und der Einheit aller Dinge. Stellen Sie sich vor, Sie könnten an einem Tag in der Weihnachtszeit an einen beliebigen Punkt im Universum springen. Wohin würden Sie gehen? Was würden Sie sehen? Dieses Gedankenexperiment hilft Ihnen, Ihr Bewusstsein zu erweitern und die grenzenlosen Möglichkeiten der Quantenwelt zu verstehen. Bevor Sie Entscheidungen für das kommende Jahr treffen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich mit dem riesigen Wissen des Universums zu verbinden. Stellen Sie sich vor, Sie zapfen das Quantenfeld an, um sich leiten zu lassen, und erlauben Sie Ihrer Intuition und kosmischen Weisheit, Ihre Entscheidungen zu beeinflussen. Listen Sie jeden Tag drei Dinge auf, für die Sie dankbar sind. Stellen Sie sich vor, dass Sie Dankbarkeit in das Universum senden und kosmische Energie zurückerhalten. Diese Übung steigert die Positivität und verbindet sie mit dem universellen Energiefluss. Nutzen Sie die Festtage, um Ihren Lebensraum energetisch zu reinigen. Stellen Sie sich vor, dass Sie alte Energien mit kosmischem Licht ausfegen und so Platz für neue, positive Quantenschwingungen schaffen. Denken Sie daran, dass diese Praktiken nicht nur für die Festtage gedacht sind, sondern als Werkzeuge dienen, um sich mit den Quanten und kosmischen Energien zu verbinden, die unsere Existenz durchdringen. Sie dienen als Brücke zwischen unserem täglichen Leben und den mystischen Bereichen des Universums und fördern ein tieferes Verständnis und Harmonie mit der Welt um uns herum. Im mystischen Gewebe unserer Existenz dienen die Praktiken der Meditation und der Gedankenexperimente als leuchtende Fäden, die uns zum Verständnis und zur Nutzung der tiefgreifenden Energien des Universums führen. Stellen Sie sich eine einfache Meditation vor, bei der Sie sich eine strahlende Energie vorstellen, die durch Sie fließt und Ihren Geist mit dem Kosmos in Einklang bringt. Diese Visualisierung beruhigt nicht nur den Geist, sondern stimmt auch Ihr Wesen auf die subtilen Schwingungen der universellen Energie ein. Die vor Freude und Wohlwollen schimmernde Weihnachtszeit öffnet ein Portal, um die Nutzung von Quanten und kosmischen Energien in unserem täglichen Leben zu erforschen. Stellen Sie sich vor, wie Sie diese Energien in Ihre Routine integrieren, zum Beispiel indem Sie Ihren Morgenkaffee mit Intentionen der Klarheit und Freude aufgießen oder sich Ihr Zuhause als ein Heiligtum des Friedens und der kosmischen Harmonie vorstellen. Wenn Sie diese Praktiken anwenden, führen Sie nicht nur alltägliche Aufgaben aus, sondern nehmen an einem heiligen Tanz mit dem Universum teil. Wenn Sie sich Absichten und Ziele setzen, die mit der universellen Energie in Resonanz stehen, stellen Sie sich vor, dass Sie ein Gärtner Ihrer Seele sind, der Samen von Absichten pflanzt, die in Harmonie mit dem Kosmos sind. Kultivieren Sie diese Samen mit täglichen Affirmationen und stellen Sie sich vor, wie Sie zu Wirklichkeiten erblühen, genährt von der kosmischen Energie, die sich mit Ihrer eigenen verwebt. Lassen Sie uns zum Abschluss dieser mystischen Reise die Wärme von Weihnachten und die Verheißung des neuen Jahres genießen. Möge diese Jahreszeit für Sie ein Leuchtfeuer der spirituellen Transformation und des Erwachens sein. Wenn das alte Jahr vergeht und das neue Jahr anbricht, möge Ihr Herz voller Hoffnung sein, Ihr Verstand von Weisheit erhält und Ihr Geist von den grenzenlosen Energien des Kosmos durchdrungen. Danke, dass Sie sich auf diese Entdeckungsreise begeben haben, und möge der Zauber dieser Jahreszeit Ihre Welt mit Wundern und Ihren Weg mit Licht erfüllen.